Liebe Follower, liebe Immobiliensuchende, liebe Fans unseres ImmoFriday. Wir befinden uns heute hier an einem ganz speziellen Ort, der wahrscheinlich für viele von euch in Frage kommt. Deswegen hört jetzt genau hin. Wir sind heute hier in Niederolm, genauer gesagt am Bauernberg, und wir präsentieren euch ein Rhein-Mittelhaus, das 2000 erbaut wurde, mit über 120 Quadratmetern an Wohnfläche, mit einem gemütlichen Grundstück, nicht zu groß, nicht zu klein, kleiner Gartenanteil mit dabei. Von der Ausstattung her, es ist eine Einbauküche mit drin, mit einer Granitarbeitsplatte, Bohrerabzugssystem. Ihr habt das Objekt voll unterkellert, heißt ihr habt auch viel, viel Nutzfläche. Ja, was haben wir noch? Wir haben Fernwärme, auch hier was ganz Spezielles. Aber bevor ich jetzt zu viel quatsche, Max, nimm sie doch mit auf die Reise und zeig ihnen die entsprechenden Bilder. Film ab, viel Spaß bei unserem Immo-Friday. Bis dann! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr sollt nicht die Einzigen sein, die dieses Objekt zu Gesicht bekommen haben. Deswegen teilt und liked diesen Beitrag. Ganz, ganz wichtig. Schenkt uns euren Daumen. Fragt an. Die Kontaktdaten von uns am besten direkt an sp.wohnfinanz24.de. Ansonsten auch unter den bekannten Rufnummern auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gebt Gas. Unterstützt uns. Vielen Dank. Euer Team der WNF Wohnfinanz. Der etwas andere Makler. Wir begeistern unsere Kunden. In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Bye. Bei euch ein schönes Wochenende. Bis demnächst beim Emo-File. Gute Chris. Was machst denn du hier? Hi, gut Ralf. Ich bin auf der Suche nach der besten Finanzierung und renne von Bank zu Bank. Chris, aber das ist schon ganz schön aufwendig, oder? Wenn ihr euch die Rennerei sparen wollt und einen Vergleich von über 450 Banken haben wollt, der euch die besten Konditionen bietet, dann kommt zu uns. WNF Wohnfinanz, der etwas andere Makler. Wir begeistern unsere Kunden und euch.